Du möchtest endlich dein Bauchfett loswerden und hast keinen Plan, wo du starten sollst. Du fühlst dich von den ganzen Informationen hier auf Social Media völlig überfordert? Dann sage ich dir, es geht nicht nur dir so und ich helfe dir jetzt. Wenn du dein Bauchfett erfolgreich loswerden willst, dann musst du auf folgende vier Faktoren in deinem Alltag achten. All diese vier Bereiche kannst du nämlich aktiv und zwar positiv beeinflussen und wir gehen jetzt jeden Step einfach mal durch. Erstens, kümmere dich um deine Ernährung. Das ist meistens der Hebel, den wir am größten haben und hier passieren oft die größten Fehler. Denn aufgrund deiner langfristig oder langjährigen falschen Ernährung hast du nämlich jetzt diese Depotfette, die du loswerden willst. Zweitens, reduziere den Stress. Cortisol ist ein absoluter Fettverbrennungsblocker und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du Stress im Alltag reduzieren kannst beziehungsweise Stressquelle analysieren und dann loswerden. Der dritte Punkt ist ganz einfach, bau nämlich mehr Bewegung ein. Unsere Körper sind dafür gemacht, sich den ganzen Tag zu bewegen und nicht am Schreibtisch sitzen zu bleiben, um dann im Auto zu sitzen und dann auf dem Sofa. Also baue mehr Bewegung ein, es wird deinen Stoffwechsel ankurbeln und du wirst definitiv davon profitieren. Der letzte Faktor und den unterschätzen nämlich alle ist das Thema Schlaf. Hier findet nicht nur den größten Teil deiner Fettverbrennung statt, hier finden auch andere Dinge statt, die ganz, ganz wichtig sind, wenn du erfolgreich und langfristig gesund und schlank sein willst. Und jetzt kommt's, damit du nämlich eine Anleitung hast, wo du Step by Step alle Punkte durchgehen kannst, lädst du dir jetzt einfach oben in meinem Profil den Baufitburner runter. Hier hast du eine Step by Step Anleitung und ich wünsche dir viel Erfolg. Bei sonstigen Fragen, Info in die Kommentare.